Der Begriff ist so gut wie jedem bekannt, aber viele wissen nicht, was sich genau dahinter verbirgt. Klar, wie der Name schon sagt, um Arbeit auf Zeit. In der Regel ist aber nur der Arbeitseinsatz beim Kundenunternehmen zeitlich begrenzt und der Großteil von Zeitarbeitnehmern agiert in einer ganz normalen Festanstellung mit sämtlichen Arbeitnehmerrechten wie Urlaub, Lohnfortzahlung im Krankheitsfall und üblichen Sozialleistungen. Aber der Reihe nach. Zeitarbeit erfolgt nach klaren Gesetzesvorgaben, die ein Dreiecksverhältnis zwischen dem Personaldienstleister, dem Zeitarbeitnehmer und dem Entleihbetrieb begründen. Von jedem Zeitarbeitnehmer wird zunächst ein umfassendes Profil mit Qualifikationen und Erfahrungswerten erstellt. Benötigt ein Kunde dann dieses Mitarbeiterprofil, wird er für einen bestimmten Zeitraum vom Personaldienstleister an diesen Betrieb überlassen. Dieser Einsatz kann einen Tag, aber auch mehrere Monate lang dauern. Zum Beispiel zur Überbrückung von Elternzeit oder Krankheit eines Kollegen oder bei unerwarteten Zusatzaufträgen. Und was verdient man als Zeitarbeiter? Das Grundgehalt eines Zeitarbeitnehmers richtet sich nach dem im Arbeitsvertrag vereinbarten Lohn, welcher in der Regel sogar tariflich geregelt ist. Die Dekra-Arbeit agiert hier nach den Vorgaben des Deutschen Gewerkschaftsbunds und des Bundesarbeitgeberverbands der Personaldienstleister. Je nach Branche sowie Art und Dauer des Einsatzes kann sich das Grundgehalt noch durch Zulagen wie Schichtarbeit oder Branchentarifzuschläge erhöhen. Und selbst wenn mal kein Job verfügbar sein sollte, ist man in den einsatzfreien Zeiten weiterhin fest beim Personaldienstleister angestellt und erhält sein regelmäßiges Gehalt. Für wen eignet sich also der Job als Zeitarbeitnehmer besonders. Wer neue Herausforderungen liebt oder sich beruflich neu orientieren möchte, kann mit Zeitarbeit viele unterschiedliche Bereiche, Unternehmen und Kollegen kennenlernen. Und auch für Arbeitssuchende ist Zeitarbeit geradezu optimal. Der Personaldienstleister hilft die eigenen Stärken herauszuarbeiten und den dazu passenden Job zu finden. Eine regelrechte Unterstützung bei der persönlichen Karriereberatung. Nicht selten führt diese erfahrene Begleitung auch zu einer späteren Karriere beim Kundenunternehmen. Rund ein Drittel der Zeitarbeitnehmer findet auf diese Weise ihre neue berufliche Zukunft. Wie gut das ankommt, zeigt eine anonym durchgeführte Mitarbeiterumfrage der DEKRA-Arbeitgruppe. Rund 95 Prozent der eigenen Zeitarbeitnehmer sind mit ihrer Anstellung zufrieden. Und die Mehrheit würde diesen Weg auch an Freunde weiterempfehlen. Zeitarbeit ist für viele Menschen eine moderne, spannende und echte Jobalternative, die eine Menge Berufserfahrung verspricht und neue Karrierechancen bietet. Noch Fragen? Auch zu aktuellen Berufschancen in Ihrer Region? Dann melden Sie sich einfach bei einer unserer 110 deutschlandweiten DEKRA-Arbeit-Geschäftsstellen vor Ort. DEKRA-Arbeitgruppe – Ihr stärker Partner für den nächsten Karriereschritt.